So, da bin ich wieder. Nächster Clip. 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute. Die Clips werden unterbrochen meist durch die Kunden. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Wir haben das super Wochenende Star Wars 2019 vom 11. bis zum 15. und ich zeige euch einige Figuren, die ihr bei Amazon wunderbar für wenig Geld kaufen könnt. Hier, auch mir wieder angeboten wurden, 22,50 sofort zugeschlagen. In dem ersten Clip habe ich euch ja Ray gezeigt, auch so 20,25 Euro bei Amazon Business Prize. So, ich habe auch zwei andere, die ich euch später mal zeigen werde, sobald die geliefert werden, auch im Business Prize, werde ich euch auch nennen. Auch hier diese Figur, 15 cm hoch. Das heißt also, wenn ihr aus der Serie 8, beziehungsweise E8, The Last Jedi, die Figur habt, von Ray und dann ihn, auch hier keine Ordernummer. Ist, wie gesagt, sehr günstig. Um die 20 Euro war es, habe ich ja gesagt. Also, keine Ahnung, warum ich hier alle jetzt so günstig angeboten bekomme. Ich habe auch riesige 15 cm Figuren, auch riesige zusätzliche Fahrzeuge dazu. Bei Ray zum Beispiel, wie sie die Sammlerin war mit ihrem Sammelfahrzeug, kennt ihr ja alle. Braucht ihr ja nur googeln, ihr braucht es nur bei Amazon Prime oder bei Amazon kaufen. Also, wie gesagt, um die 20, 30 Euro mittlerweile und ich werde euch jetzt, wie gesagt, 1-3 Minuten Clips immer zeigen und da auch eine Figur euch dann präsentieren, so wie jetzt Luke Skywalker in seinem gewissen Alter, in seiner Version von Johnson, was uns nicht so gut gefallen hat, weil auch Mark Hamill es nicht so gut fand. Er war halt dagegen und schon war ich weg. Hallo.